Gibt es eine Campingpartei? Nö. Aber wenn es eine gäbe, welche von den etablierten Parteien hätte diesen Titel am ehesten verdient? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen bei Van4Five live. Mein Name ist Ingmar und heute gibt es ein Special Video, sozusagen zwischen den Reisevideos jetzt noch mal eingeschoben. Dieses Video zur Wahl 2021. Denn, vielleicht geht es euch ja wie mir, ich habe mich gefragt, welche Partei soll ich dieses Mal wählen? Naja, und uns Campern geht es ja so, dass wir keine echte Vertretung haben. Es gibt keine Campingpartei. Und ich bin, wie ihr vielleicht auch, Wechselwähler. Das heißt, ich habe in meiner Vergangenheit auch schon unterschiedliche Parteien gewählt, je nachdem, welche ich meinte, dass sie meine Interessen am ehesten vertreten. Und deshalb fand ich den Gedanken interessant, einmal zu recherchieren, welche Vor- und Nachteile für Camper die einzelnen Parteiangebote haben. Ich habe mich da allerdings auf die etablierten Parteien konzentriert, denn ich wollte nicht die ganzen, ich weiß nicht wie viele es sind, 40 Parteien oder so im Ballomaten hier analysieren. Das war mir dann doch zu viel Arbeit. Ich wollte das Video doch einigermaßen kompakt halten, soweit das irgend geht. So, das heißt, ich habe mir überlegt, welche Ziele haben wir Campern denn eigentlich und wie werden diese Ziele von den einzelnen Parteien jeweils bedient bzw. gelöst? Bevor wir jetzt zu den einzelnen Zielen kommen, möchte ich noch einige Hintergrundinformationen zu diesem Video geben. Ich habe zu den Argumenten, die ich euch gleich erzählen werde, gut recherchiert. Ich hoffe zumindest gut recherchiert. Ich habe die Quellen, aus denen ich jeweils zitiere oder die ich dann zur Beantwortung der jeweiligen Frage herangezogen habe, gut dokumentiert. Die Links findet ihr unten in den Kommentaren und ich habe mich auch bemüht, neutrale Quellen zu nutzen. Das heißt, meistens war das dann die freie Presse oder eine wissenschaftliche Studie oder auch im Einzelfall mal ein Interview oder eine Aussage eines Experten dazu. Wenn sich übrigens zu diesem Video noch ergänzende Informationen ergeben bzw. es gibt einige Detailinformationen, die ich hier aus Zeitgründen einfach nicht darstellen kann, dann schaut bitte nochmal in die Kommentare. Die werde ich immer versuchen, so aktuell wie möglich zu halten und dort auch nochmal ergänzende Informationen für euch zu hinterlegen. Außerdem, das wisst ihr ja, ist meine Perspektive die eines Campers mit Kindern. Das heißt, mir war es schon wichtig, dass das, was uns betrifft als Camper nicht nur für die nächsten 1, 2, 3 Jahre hält, sondern auch idealerweise 10 Jahre oder sogar 20 Jahre. Denn ich möchte gerne, dass meine Kinder und Enkel auch in 10 oder 20 Jahren noch so campen können, wie wir das heute tun. Und ich vermute, dass auch ihr, wenn ihr Kinder habt, diese Perspektive haben könntet und auch wenn ihr keine haben solltet, euch wichtig ist, vielleicht auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren noch weiterhin so campen zu können, wie heute. Deshalb ist es wichtig zu sagen, meine Überlegungen beziehen sich nicht nur auf diese Wahlperiode, sondern darüber hinaus. Außerdem war es mir wichtig, die Perspektive Deutschland einzunehmen. Denn es handelt sich ja um eine Wahl in Deutschland und für Deutschland. Und wir können mit unserer Wahl die Politik in anderen Ländern ja nicht beeinflussen. Dennoch haben wir natürlich oder haben unsere Entscheidungen Wirkungen auf das Ausland. Und wir haben auch Wirkungen vom Ausland auf Deutschland, wenn es zum Beispiel um Fahrverbote geht. Und wir haben mit unserer Entscheidung sicherlich auch eine Art Vorbildfunktion. Ich finde es wichtig, dass jeder erstmal vor seiner eigenen Haustür kehrt. Und mit diesem Grundsatz schauen wir uns mal an, wie sich die Politik der Parteien auf uns Camper auswirken würde. Ich habe auch in dem einen oder anderen Forum schon die Position gelesen, dass wir ja sowieso nichts tun können, was die Umwelt beispielsweise verbessert oder die Natur schützt, weil das die anderen Länder ja auch nicht machen. Und ich finde, das ist nicht die Position eines echten Campers. Denn das wäre ja die Position, dass ich einen schönen freien Stellplatz habe im Wald und sehe, da hat irgendeiner Müll hingeschmissen. Und ich mir dann sage, naja, da haben ja andere schon Müll hingeschmissen. Da kann ich meinen Müll ja dann auch dazu schmeißen. Das macht den Kur ja auch nicht mehr fett. Genau diese Position möchte ich nicht gerne einnehmen, sondern ich möchte es im Gegenteil andersrum machen. Ich möchte ein gutes Vorbild sein und sagen, wer nicht vor seiner eigenen Haustür kehrt, der kann auch nicht von anderen erwarten, dass sie vor ihrer Haustür kehren. Und ich möchte nicht in einer Straße leben, wo überall Unrat vor den Häusern liegt, sondern möchte in meiner Haustür diesen Unrat wegmachen. Und genau aus dieser Perspektive her möchte ich auch eine Campingpartei, eine theoretische Campingpartei handeln sehen. Und das gilt insbesondere auch für uns als Eltern und Großeltern. Denn wir sind ja auch Vorbild für unsere Kinder. Und wir haben ja sogar drei Kinder, wie ihr wisst. Und ich kann mir nicht vorstellen, was passieren würde oder ich kann es mir vorstellen, aber es ist nichts Gutes, wenn eines unserer Kinder sein Zimmer nicht aufräumen würde, mit dem Argument, dass die anderen das Zimmer ja auch nicht aufräumen würden und es die grundsätzliche Ordnung im Haus ja auch nicht verbessern würde, wenn dieses Kind sein Zimmer nicht aufräumen würde. Wenn wir das durchgehen ließen, dann wird es bei uns aber echt schlimmer aussehen, als es eh schon aussieht. Insofern ist auch das nochmal ein wichtiger Punkt. Ich denke, wir müssen ganz klar unser Haus erstmal in Ordnung bringen, bevor wir andere dazu auffordern können, das auch zu tun. Vielleicht hilft euch dieses Video ja bei eurer Wahlentscheidung. Als ich zu diesem Video recherchiert und es abgedreht hatte, war meine Wahlentscheidung jedenfalls klar. Also, los geht's! Wenn es eine Campingpartei gäbe, welche Positionen müsste sie denn vertreten? Was müsste sie denn tun, damit sie uns als Camper gut vertreten könnte? Das führte mich zu der Folgefrage, was wollen und brauchen wir Camper denn eigentlich? Na klar, Reisemobil kaufen, Reisemobil fahren und tolle Stellplätze und Reiseziele besuchen, am besten mit freien Stellplätzen oder Campingplätzen in der Natur und ganz in der Nähe. Und genau so ist dieses Video auch eingeteilt. Teil 1 beschäftigt sich mit dem Kauf des Reisemobils und der Frage, ob es da Unterschiede zwischen den Parteien gibt. Ich meine jetzt nicht die Lieferzeiten zum Beispiel. Das ist natürlich eine Einschränkung, aber die liegt nicht an der Politik, sondern an der großen Nachfrage. Nee, die Frage ist, gibt es Parteien, die unsere Wahlfreiheit einschränken wollen? Werden Verbrennermotoren bald verboten? Solche Gerüchte habe ich in einigen Foren bereits gelesen und gehe hier der Frage nach, ist da was dran? Teil 2 beschäftigt sich mit dem Fahren. Was kostet der Diesel? Kann es sein, dass der Dieselpreis so hoch wird, über die CO2-Abgabe und andere Überlegungen die Preise zu erhöhen, dass wir uns das Fahrrad bald nicht mehr leisten können, dass wir unser Reisemobil vor der Tür stehen haben, aber damit keiner Reisen mehr machen können? Darum geht es in Teil 2. Teil 3 ist der wichtigste Teil, denn hier geht es um die Reiseziele. Gibt es Parteien, die die Möglichkeiten, Reiseziele zu besuchen, einschränken? Oder gibt es Parteien, deren Politik dazu führt, dass wir in Zukunft unsere Reiseziele oder bestimmte Reiseziele nicht mehr besuchen können? Ich finde das eine ganz zentrale Frage und die versuchen wir im Teil 3 zu beantworten. Ja, und im Teil 4 ziehe ich mein persönliches Fazit. Okay, konkret. Einige Politiker behaupten ernsthaft, dass Verbrennermotoren verboten werden sollen. Allerdings behaupten, dass diese Politiker nicht von sich, dass sie das tun, sondern meistens, dass andere Politiker das behaupten würden. Und das habe ich in den Quellen aber absolut nicht gefunden. Es gibt keine einzige Partei und keine einzigen Vertreter, der Verbrennermotoren generell verbieten möchte. Deshalb kann ich euch dazu auch keine Quelle angeben, weil ich einfach keine gefunden habe. Was es allerdings gibt, sind Parteien und Positionen, die wollen, dass Neufahrzeuge mit Verbrennermotoren ab einem bestimmten Jahr nicht mehr verkauft werden dürfen. Zum Beispiel die Grünen sprechen hier vom Jahr 2030. Aber ganz ehrlich, wer wird sich in neun Jahren noch einen Verbrennermotor kaufen, wenn die großen Anbieter, die großen Autohersteller von heute schon jetzt ankündigen, dass sie teilweise vorher, also vor 2030, bereits aus der Technologie aussteigen und gar keine Autos mehr produzieren werden, die Verbrennermotoren enthalten. So hat zum Beispiel Opel angekündigt, dass es ab 2028 keine Verbrenner mehr von Opel geben wird. Ford und Volvo haben das für 2030 angekündigt. Und auch die ganz großen Autohersteller, zum Beispiel VW und Audi, haben angekündigt, dass sie zwischen 2033 und 2035 keine Verbrennermotoren mehr verkaufen werden. Wer von uns würde sich denn dann 2030 noch ein Auslaufmodell kaufen wollen? Ich glaube, das ist nicht besonders realistisch. Und wer will denn eigentlich unbedingt einen Verbrennermotor fahren? Ich glaube, wenn es ein vernünftiges Angebot gäbe für gute Elektroreisemobile mit einer vernünftigen Reichweite, mit ganz leisem Motor bzw. einem fast geräuschlosen Motor, mit einem guten Anzug, was Elektroautos ja immer haben, und vielleicht auch der Möglichkeit, die Elektrobatterie für den Wohnbetrieb nutzen zu können, zum Beispiel auf Gas zu verzichten, weil man auch elektrisch kochen kann, dann wäre das doch eine echte Alternative. Ja, aber gibt es solche Alternativen? Heute hapert es daran ja noch etwas. Allerdings gibt es auch hier schon erste Anzeichen für Angebote in genau diese Richtung. Zum Beispiel gibt es im Bereich der Minicamper einen Elektrocamper auf Basis des Nissan ENV 200. Ich verlinke euch das mal bzw. ihr seht das ja in den Quellenangaben. Und es gibt auch erste Studien, es gibt sogar ein käufliches, großes Wohnmobil oder größeres Wohnmobil, das Iridium, das allerdings noch in enorm hohen Preisgefilden schwebt. Also das ist sicherlich nicht realistisch als massentaugliches Reisemobil. Aber ich glaube, die Richtung ist klar und ich vermute, dass auf der Caravan Salon jetzt jedes Jahr neue Elektromobile vorgestellt werden und dass im Jahr 2030 auch das Angebot für alle ausreichend groß sein wird. Spannende Frage dabei, was machen eigentlich Fiat und Citroën? Die haben ja mit Abstand die meisten Reisemobile ausgestattet mit ihren Basisfahrzeugen. Ja, und wenn man da recherchiert, das ist ja heute der Mutterkonzern Stellantis, dann schreiben die, dass sie im Jahr 2030 70% aller Fahrzeuge elektrisch, also ohne Emissionen oder mit niedrigen Emissionen, also keine reinen Verbrenner mehr verkaufen wollen. Und das führt mich wiederum dazu, dass wenn es 70% der Fahrzeuge sein sollen, auch bei Fiat und Citroën bis 2030 elektrische Angebote geben muss, sonst würden wir diese Zahlen nicht erreichen. Also auch hier sieht es gut aus für 2030 mit elektrischen Basisfahrzeugen. Und wer dann weiter sein eigenes Wohnmobil, Reisemobil, Kastenwagen fahren möchte, wie wir auch hoffentlich die Enterprise, der kann dies natürlich auch mit Verbrennermotor weiter tun. Denn was ja auch überhaupt keinen Sinn macht, auch aus Umweltsicht überhaupt keinen Sinn macht, ist ein Reisemobil zu verschrotten, nur um sich dann ein elektrisches zu kaufen. Sondern das umweltfreundlichste ist natürlich auch ein Verbrennermotorfahrzeug so weit zu fahren, so lang zu fahren, bis es das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat. Es gibt übrigens noch einen guten Grund dafür, vom Verbrennungsmotor in fünf bis zehn Jahren wegzugehen. Und das sind die Fahrverbote im Ausland. Es ist schon jetzt bekannt gegeben, dass zum Beispiel Paris und Amsterdam grundsätzlich verbieten werden, ab 2030, dass Verbrennungsmotorfahrzeuge ins Stadtgebiet hineinfahren. Auch England und Norwegen denken darüber nach, haben das noch nicht entschieden. Aber auch hier gibt es Überlegungen, Verbrennermotoren ab einem bestimmten Zeitpunkt komplett zu verbieten. Was natürlich dann dazu führen würde, dass wir mit Verbrennermotorreisemobilen gar nicht mehr in diese Länder reisen könnten. Ja, das führt mich zu der Frage, wenn es denn ein Elektromobil sein soll in fünf bis zehn Jahren, dann wäre es doch schön, wenn die Förderung, die es aktuell gibt, das sind ja immerhin 9000 Euro, wenn es sie dann weiterhin geben würde. Gibt es da Einschränkungen? Da habe ich ein bisschen recherchiert und schon etwas ganz Interessantes gefunden. Und zwar gibt es schon eine Partei, die das zumindest verdeckt infrage stellt. Oder auch weniger verdeckt, denn es gibt da ganz klare Aussagen dazu. Das ist die FDP. Da gibt es Aussagen, dass die Förderung von Elektrofahrzeugen möglichst ausgesetzt oder gestoppt werden sollte. Allerdings sind diese Quellen, die ich da gefunden habe, alle ein bisschen älter, so ein bis zwei Jahre alt. Und ich habe keine jüngeren Aussagen in dieser Richtung mehr gefunden, allerdings auch keine gegenteiligen. Und das wirkt für mich so, als wenn die FDP das eigentlich nicht wirklich wollen würde, es aber im Moment nicht offen sagen möchte oder nicht aktiv ansprechen möchte, einfach um keine Punkte bei den Wählern zu verlieren. Aber ich finde, das ist für uns Camper nochmal ein Gedanken wert, dass wir da so ein bisschen aufpassen müssen, dass wir durch die Hintertür nicht einfach einen Förderungsstrich durch die Rechnung bekommen. Der letzte Punkt sind schließlich die Steuern. Können die gesenkt werden? Bei Elektroautos nicht, denn die sind eh steuerfrei bis mindestens 2027. Also da gibt es nicht mehr viel zu senken. Es ist aber ein weiteres Argument dafür, dass Elektroautos auch hier Geld sparen können. Fassen wir Teil 1 zusammen. Verbrennerverbot für Bestandsfahrzeuge. Keine Partei verbietet uns, unsere Bestandsfahrzeuge weiterzufahren. Verbrennerverbot für Neufahrzeuge. Die meisten Hersteller haben angekündigt, ihre Verbrennermotorproduktion einzustellen. Manche schon vor 2030, viele in 2030 und die anderen kurz nach 2030. Das heißt, Verbote, die ab 2030 gelten würden, würden sich eh kaum noch auswirken. Insofern ist es wirklich wichtig, klar zu sehen, dass auch wir in unseren Reisemobilen elektrisch fahren werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und es ist ja auch durchaus ein Vorteil, emissionsarm, leise und zukunftsfähig zu fahren und unsere ganze Technik im Fahrzeug auf eine Energiequelle auszurichten. Heute haben wir ja oft den Mix mit Gas, den Mix mit Diesel, den Mix mit Strom. Und das kann in Zukunft alles auf Strom ausgerichtet sein. Das würde auch in einigen Punkten echte Vorteile bringen. Ja und deshalb gibt es auch heute schon erste Angebote im Elektrosegment und die werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren stark zunehmen und die Auswahl für uns Reisemobilisten erhöhen, auch elektrische Reisemobile zu kaufen. Fahrverbote. Es gibt keine Partei in Deutschland, die generelle Fahrverbote für Verbrennermotoren aussprechen möchte. Im Ausland allerdings wohl. Ihr habt das eben gesehen. Und wir müssen damit rechnen, in Zukunft mit Verbrennermotoren auch immer wieder eingeschränkt zu werden. Auch das wieder ein Argument für die Elektromobilität. Förderung. Wer in Zukunft ein E-Reisemobil kaufen möchte, kann davon ausgehen, dass die Förderung von 9000 Euro bei CDU, CSU, SPD und Grüne weiter gelten wird. Bei der FDP ist das unklar. Da könnte es sein, dass die Förderung entfällt. Aber es soll teurer werden. Der Liter Diesel soll ja bald bei 2 Euro liegen oder etwa nicht. Das schauen wir uns in Teil 2 einmal an. Laut ADAC wird die CO2-Steuer dazu führen, dass bis 2025 der Liter Diesel ca. 17 Cent teurer wird als heute. Das würde bedeuten, dass der Diesel dann in Deutschland ungefähr genauso viel kostet, wie bereits heute in Dänemark. Und immer noch weniger als heute in Italien oder in Belgien beispielsweise. Ja, also was bedeutet das denn nun eigentlich für uns Camper, wenn wir eine typische Urlaubsreise machen, die zum Beispiel 2000 Kilometer lang ist, nach Frankreich und zurück oder nach Schweden und zurück. Wenn wir in Deutschland bleiben, dann sogar vielleicht eher weniger als 2000 Kilometer. Ja, unsere Dieselfahrzeuge verbrauchen ja so ca. 11 Liter pro 100 Kilometer. Wenn wir von 2000 Kilometern ausgehen, heißt das also 20 mal 11 Liter. Das sind dann 220 Liter. Und wenn der Preisunterschied dann 17 Cent wird oder der Preisauftrieb 17 Cent sein wird, heißt das 37,40 Euro mehr für die Dieselfahrt für unseren Urlaub. Und wenn der ca. 3 Wochen dauert, also 21 Tage, dann sind das 1,78 Euro pro Tag. Das finde ich für unseren Urlaub nicht so viel. Das wäre ich bereit zu investieren. Abgesehen davon ist das ja auch bei allen Parteien beschlossen, weil das über die Europäische Union beschlossen ist. Da gibt es also auch keine großen Unterschiede zwischen den Parteien. Trotzdem fand ich es wichtig, einmal die Größenordnung dieser Veränderung zu berechnen, um mal zu sehen, aus meiner Sicht, dass die Kirche hier im Dorf bleibt. Was ich übrigens einen ganz interessanten Anlass fand, mal die gleiche Rechnung mit einem Elektro-Reisemobil zu machen. Das ist nämlich ganz spannend, weil die Elektro-Kilowattstunde kostet 32 Cent und die Elektrofahrzeuge verbrauchen ja ungefähr doppelt so viel Kilowattstunden, wie fossile Fahrzeuge an Litern brauchen. Das heißt, mal ganz grob gerechnet dürfte ein Elektrofahrzeug für 2000 Kilometer Fahrstrecke ca. 22 Kilowattstunden dann brauchen. Das sind 440 Kilowattstunden. Und die würden dann, wenn eine Kilowattstunde 32 Cent kostet, eben deutlich weniger kosten als die entsprechende Fahrstrecke mit Diesel zurückzulegen. Wenn man das ausrechnet, kommt man zu einem Unterschied von 8,80 Euro pro 100 Kilometer. Das ist weniger als die Hälfte. Das heißt, das elektrische Fahren würde dann weniger als die Hälfte kosten als das Fahren mit Diesel. Und das würde auf unsere Beispielreise von 21 Tagen bedeuten, dass sie 176 Euro weniger kosten würde. Das finde ich schon gar nicht so unerheblich. Also eigentlich ein weiteres Argument für die Elektromobilität. Fassen wir also Teil 2 zusammen. Erstens, ja, Fahren wird etwas teurer und zwar um umgerechnet die CO2-Abgabe auf den Dieselpreis 17 Cent pro Liter. Das würde bedeuten, dass eine durchschnittliche Urlaubsreise, die 2000 Kilometer lang ist und 21 Tage dauert, pro Tag um 1,78 Euro teurer wird. Zweitens, bei Elektromobilität würde das Fahren billiger werden. Da würden wir pro 100 Kilometer circa 8,80 Euro einsparen, beziehungsweise auf diese Musterreise bezogen 176 Euro einsparen. Das wird aber drittens dann erst wirken, wenn die Elektromobilität auch wirklich realistisch Fuß gefasst hat im Reisemobilmarkt. Das wird dann noch fünf bis zehn Jahre dauern. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen eine etwas längerfristige Perspektive auch mal einnehmen. Und ich finde diese Perspektive ist für Camper durchaus positiv. Aber wo fahren wir denn nun hin in Zukunft? Das bringt uns zu Teil 3, den Reisezielen. Kommen wir zu Teil 3. Das ist ein echter Hammer. Das geht um unsere schönen Reiseziele. Im Grunde genommen hat mich dieses Kapitel dazu gebracht, überhaupt dieses Video zu drehen. Denn ich konnte mir früher nicht vorstellen, dass wir einmal so betroffen sein würden von der Zerstörung von Reisezielen. Denn wir leben ja, wie ihr vielleicht wisst, in Bonn und machen eigentlich regelmäßig Kurzurlaub an der Ahr. Das ist von hier aus eine halbe Stunde mit dem Auto. Und dort gibt es zwölf Campingplätze oder tragischerweise muss man sagen, gab es zwölf Campingplätze. Ihr wisst selber, was da los ist. Existenzen zerstört, Hotels geschlossen, Touristik tot. Und das ist wirklich sehr, sehr tragisch. Und für uns ist dieses Reiseziel natürlich jetzt erstmal verloren. Und zwar auch auf längere Zeit wahrscheinlich verloren. Wir sind auch gerne an die Steinbach-Talsperre gefahren. Das ist bei Euskirchen eine schöne Talsperre. Da ist es ein sehr schönes Naturparadies gewesen. Da konnte man sehr schön wandern gehen. Jetzt ist die Steinbach-Talsperre eine Schlammwüste. Man hat eine riesige Kerbe in die Talsperre schneiden müssen, damit die nicht gefährdet ist zu brechen. Und natürlich das Wasser abgelassen. Also auch das Reiseziel ist sozusagen verloren. Wir haben Videos gesehen von René Kreher. Schöne Grüße von hier übrigens an dich, lieber René. Und vielen Dank für deine tollen Videos, die du immer machst. Der René fährt unter anderem mit seinem Fahrrad-Wohnwagen sehr gerne durch die Wälder. Und hat dort am Brocken Bilder gezeigt, die mich echt schockiert haben. Denn der gesamte Brocken ist im Grunde genommen ausgetrocknet und übersät mit toten Bäumen, die vom Brockenkäfer und von der Dürre gestorben sind. Also das sind schon sehr eindrückliche Bilder und eindrückliche Einschränkungen, muss ich sagen. Und wir schauen uns das nochmal ein bisschen genauer an. Und zwar in der Reihenfolge der unterschiedlichen Landschaften. Denn was bedeutet schöne Reiseziele? Naja, das sind Berge. Das ist das Meer. Das sind Flüsse und Seen. Und das sind die Wälder. Und wir fangen mit den Bergen an und konzentrieren uns da auf den Wintersport. Denn die Berge im Sommer habe ich mit dem Thema Wälder zusammengefasst. Weil dann geht es ja auch im Sommer in den Bergen um das Thema Wandern und so. Also schauen wir uns mal an, welche Wintersportmöglichkeiten in den Bergen in Zukunft vielleicht verloren gehen könnten. Und da habe ich mal recherchiert und war auch da schockiert. Das Ergebnis einer Studie der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist nämlich, dass langfristig nur noch zwei Skigebiete, zwei wohlgemerkt, in Deutschland überleben werden. Von der Zeit insgesamt 293. Das heißt, wir werden nur noch 0,7 Prozent der Skigebiete haben, die wir heute haben. Das sind mal eben 99, über 99 Prozent weniger. Ihr könnt euch auch vorstellen, was das bedeutet für die Hotellerie, für den Tourismus insgesamt und auch für die Arbeitsplätze in dieser Branche. Also das wird sicherlich noch eine Zeit lang dauern, denn es wird auch noch die Möglichkeit geben, übergangsweise mit Kunstschnee zu arbeiten. Aber das sind alles doch deutliche Entwicklungen, die den Wintersportspaß auf deutschen Skipisten und in deutschen Bergen deutlich einschränken werden. Da sind sich übrigens die Studien auch im Grundsatz einig. Es gibt eine andere Studie der Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Dort wird genannt, dass der Tourismus im Wintersport in Deutschland um 7 Prozent zurückgehen wird. Also alle Arbeitsplätze minus 7 Prozent. Auch das ist nochmal eine eindrückliche Zahl. Kommen wir zum Thema Wälder. Ich habe ja schon die Situation am Brocken genannt, wie er der René Crea sie in seinen Videos auch zeigt. Hinzu kommt die Zunahme der Waldbrände. Wir haben jeden Sommer Waldbrände mal vorm Ausland ganz zu schweigen. Ihr habt alle die Bilder aus Südeuropa gesehen und noch weiter entfernt aus Australien und den USA. Aber auch in Deutschland gibt es dieses Problem. Wir haben, ich habe das mal recherchiert, im Durchschnitt in Deutschland 501 Hektar pro Jahr, die durch Waldbrände verloren gehen. In den letzten Jahren war es deutlich mehr. Im Beispieljahr sind es 2300 Hektar gewesen. Das ist das Jahr, ich muss mal gerade auf die Liste gucken, das Jahr 2018 gewesen. Das waren die Daten, die dafür vorlagen. Ja, und dann gibt es noch ein weiteres Problem, nämlich das Insektensterben. Das fand ich auch sehr schockierend. Wir haben drei Viertel aller Insekten verloren. Das sind 75 Prozent. Und das merkt man auch als Reisemobilist auf eine sehr, ja fast schon satirische Art und Weise. Denn ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wenn ihr vor 20 oder 25 Jahren auch schon Auto gefahren seid, wie so ein Auto nach einer längeren Fahrt aussah. Das war nämlich vorne an der Motorhaube komplett zu mit Insekten. Und auch an der Windschutzscheibe haben die dann zahlreich geklebt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Es gibt es so gut wie gar nicht mehr. Und das ist auch ein Indikator dafür, wie stark da der Bestand abgenommen hat. Es gibt auch kaum noch Schmetterlinge, wenn man durch die Wälder läuft. Und wir haben das Problem, dass die Obstpflanzen teilweise gar nicht mehr bestäubt werden oder im Extremfall sogar von Hand bestäubt werden müssen. Also das sind Auswirkungen, die ich auch als Einschränkung empfinde als Naturliebhaber. Und wenn ich wandern gehe oder wenn ich in die Natur gehe, dann freue ich mich darüber, wenn ich dann auch mal Schmetterlinge sehe. Also das sind auch Dinge, die ich als persönlichen Nachteil empfinde. Wenn wir über das Thema Landschaft verschandeln sprechen, dann gehört natürlich auch unbedingt das Thema Windräder dazu. Weil ich habe doch sehr oft gehört, auch von vielen, mit denen ich dann ins Gespräch gekommen bin, mal auf Stellplätzen oder unterwegs, dass doch die Windräder die Landschaft verschandeln. Das ist natürlich immer eine Geschmackssache. Dennoch ist es natürlich keine Frage, dass diese Windräder eine deutliche Veränderung des Landschaftsbildes bewirken. Übrigens sage ich nochmal ausdrücklich, ich finde es auch in Ordnung und auch wenn bestimmte Windräder zu nah an Wohngebieten stehen, die dann auch stören oder einen Schatten werfen auf die Gebäude, dass das natürlich ein Problem ist für die dort wohnenden Menschen, ist völlig klar. Und die sollten sich dagegen auch wehren, wehren können und auch erfolgreich wehren können. Dennoch ist natürlich hier die grundsätzliche Frage danach, wie wollen wir den Energiebedarf unserer Zukunft decken und was sind die Alternativen? Und das finde ich immer nochmal einen ganz wichtigen Punkt, denn es wird immer so getan, als wenn die bestehenden Energieformen, Kohle und fossile Energien und natürlich auch die Kernkraft, als wenn die landschaftlich quasi keine Nachteile hätten und das ist ein absoluter Trugschluss. Ich habe jetzt kürzlich mal recherchiert, wie denn die Situation bei der Braunkohle ist und dann schaut euch mal die Bilder an, die ich euch jetzt mal einblende. Da haben wir wirklich Mondlandschaften, die bis zum Horizont reichen. Das sind Quadratkilometer um Quadratkilometer riesige, völlig kahle Löcher, die mehrere hundert Meter in den Untergrund gehen. Das Grundwasser wird um mehrere hundert Meter abgesenkt. Das hat Auswirkungen im Umkreis von 20 bis 30 Kilometern um diese Braunkohlengruben herum. Und es werden ganze Dörfer abgerissen und tausende von Menschen umgesiedelt, die verlieren ihre ganze Existenz, ihre Geschichte und ihre Heimat. Das heißt, was ich damit sagen will ist, bei der Windkraft ist der Punkt, dass es sich über die Landsflächen verteilt. Das heißt, wir sind eigentlich alle davon betroffen. Jeder hat bei sich irgendwo in der Nähe der Windräder stehen, die vielleicht da früher nicht standen und die er in der Landschaft sieht und die ihn vielleicht stören oder auch nicht. Bei der Braunkohle und überhaupt bei der Kohle war es doch eher so, dass das lokal begrenzt war. Da haben auch viele Menschen darunter gelitten, aber regional und alle flächendeckend haben davon profitiert. Und ich finde diese Ungleichverteilung, dass bestimmten Menschen ihre gesamte Existenz zerstört wird und wir anderen dann sagen, bei uns sind die Landschaften dafür sauber geblieben. Das ist keine wirklich gute Einstellung, wenn man sagt, man will quasi die Windkraft nicht haben. Die hat doch immerhin eine gewisse Gleichverteilung zur Folge, dass wir alle so ein bisschen für unser Energieaufkommen auch mit uns beteiligen und dafür Sorge tragen und auch einen Teil, sagen wir mal, der Schönheit unserer Landschaft dafür aufgeben, aus der Sicht von denjenigen, die die Windräder nicht mögen. Ich persönlich finde sie übrigens gar nicht so hässlich. Ich finde, sie sind ein Symbol für umweltfreundliche Energie. Man kann sich darüber streiten, wie das mit der Entsorgung ist, wenn die Windkraftwerke ersetzt werden müssen. Das habe ich auch in letzter Zeit häufiger gehört. Aber auch dieses Problem haben natürlich alle anderen Energieformen auch. Also auch wenn Kernkraftwerke an ihr Lebensende kommen, dann müssen sie jahrzehntelang zurückgebaut werden. Wir wissen nicht wohin mit dem Atommüll, der liegt rum und wird von links nach rechts verschoben. Bei den Kohlekraftwerken müssen die ganzen Löcher wieder zugemacht werden, renaturiert werden. Das dauert Jahrzehnte teilweise. Also es gibt einfach, das ist meine Erkenntnis daraus, keine Energieform, die keine Nachteile hat. Damit müssen wir leben. Oder wir müssen unseren Energieverbrauch so reduzieren, dass wir das dann alles nicht mehr brauchen. Aber das hat dann auch wieder Nachteile. Also die perfekte Lösung scheint es dann nicht zu geben. Ich persönlich finde, dass die Nachteile bei den regenerativen Energien, also bei der Solarkraft und bei der Windkraft, doch weniger ausgeprägt sind als bei den fossilen Energien. Und weniger Nachteile für unsere schönen Reiseziele haben. Denn die Zerstörung dieser Reiseziele, die liegt ja doch sehr stark an dem Klimawandel und der wiederum rührt überwiegend von den fossilen Energieträgern. Kommen wir zum Thema Meer. Ja, auch das Meer ist betroffen vom Klimawandel. Wir haben eine Erwärmung und die Erwärmung wiederum führt dazu, dass es vermehrt Blaualgenplagen gibt, jetzt schon, oder Quallenplagen gibt. Es wurden gerade auch an Seen schon Badeverbote ausgesprochen. Es gibt Warnungen an der Ostsee. Es gibt Bereiche, wo durch die Erwärmung der Sauerstoffgehalt im Wasser so stark sinkt und teilweise auch durch die Überdüngung übrigens der Landwirtschaft, dass dort zum Beispiel in Eckernförde gab es so einen Bericht kürzlich – ich blende euch das mal ein – ein Fischsterben war und die ganzen toten Fische angespült worden sind. Also das sind auch wiederum schon Einschränkungen, die für uns als Reiseziele dann bedeuten, dass wir bestimmte Ziele zu bestimmten Zeiten nicht mehr anfangen können. Ich möchte euch gerne mal kurz die Wislab-Seite zeigen, bei der kann man die Klimawandelrisiken in einer Karte darstellen lassen und das auch nach Postleitzahlen strukturiert tun. Die URL, den Link dahin, den findet ihr in den Kommentaren. Hier kann man unten eine Postleitzahl eingeben. Ich gebe mal die von St. Peter-Ording ein, weil wir da ja gerade waren. So, dann bestätigt man das und dann werden unten die Daten übernommen. Dann sieht man, wo die Postleitzahl liegt, das seht ihr hier, das ist St. Peter-Ording. Region mit kühlerem Klima und dann scrollt man weiter runter, dann werden für die Region erstmal grundsätzliche Vorgaben dargestellt und dann die Bedeutung für den Klimawandel, für das Klima, welche Herausforderungen dort bestehen, Handlungsfelder. Und man sieht eben auch, was zum Beispiel die Überschwemmungen mit hoher Wahrscheinlichkeit, die alle 10 bis 30 Jahre auftreten, was die bewirken würden. Man sieht, hier wäre also schon der gesamte Strand und ein Teil des Ortes betroffen und der Urlaub wäre da sicher nicht mehr möglich. Was allerdings schlimmer ist, die Leute würden auch zu Schaden kommen dort und jetzt die Wahrscheinlichkeit, die geringe Wahrscheinlichkeit einmal in 100 Jahren hätte entsprechend größeres Überschwemmungsgebiet zur Folge und mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit einmal in 200 Jahren wäre die ganze Halbinsel betroffen. So und das kann man sich jetzt anschauen für alle Postleitzahlen. Da könnt ihr auch eure eingeben und schauen, was diese Klimawandel-Risiken-Karte dann ausgibt. Was ich auch noch als Restriktion empfinde für den Spaß oder für die Schönheit von Reisezielen ist die Vermüllung an den Stränden. Und die liegt nicht überwiegend daran, dass dort Touristen ihre Müllreste liegen lassen und den Müll nicht mitnehmen, sondern es liegt daran, dass einfach wirklich ganz viel Müll in der Ostsee landet oder auch in der Nordsee. Und dort hat es eine Studie gegeben, die zeigt, dass das stark zugenommen hat und aktuell bereits 63 sichtbare Müllreste pro 100 Meter Strandabschnitt auftreten und das wird weiter zunehmen. Also auch das empfinde ich als echtes Problem für unsere schöne Naturlandschaften mehr. Die letzte Landschaft, die ich ansprechen möchte, sind Flüsse und Seen. Ich habe ja bereits über die A gesprochen, die Bilder kennt ihr alle. Und auch die Steinbach-Talsperre haben wir angesprochen als Beispiel für eine Talsperre, die betroffen ist. Die Blaualgenplagen in Seen, die zunehmen, habe ich auch schon angesprochen. Die Frage ist, hat das alles mit dem Klimawandel zu tun oder ist das mehr oder weniger Zufall, wie das ja einige behaupten? Auch dazu gibt es Studien, die ich recherchiert habe, die ich euch gerne mal in den Kommentaren verlinke. Und die sagen ganz klar, dass der Klimawandel dazu führt, dass solche Extremereignisse sich deutlich häufen und alle ca. 400 Jahre bisher aufgetreten sind und in Zukunft eben häufiger auftreten werden. Und das klingt jetzt so nach wenig, aber ich muss da nochmal eine Sache ins Spiel bringen, die ich auch überraschend fand, als ich das las. Und zwar, wir haben das zwar im Einzelfall nur einmal alle, weiß ich nicht, 300 oder 200 oder 100 Jahre. Aber natürlich gilt das für alle möglichen Standorte. Das heißt, wir haben das insgesamt an einem bestimmten Fluss nur einmal alle, sagen wir mal 200 Jahre. Aber wenn wir 100 verschiedene Flüsse anschauen, dann ist das natürlich überall entsprechend unwahrscheinlich, aber in Summe über alle Flüsse ist es dann wiederum relativ wahrscheinlich, dass wir alle paar Jahre in irgendeinem Fluss so ein Extremereignis bekommen. Und das heißt, dass für uns alle paar Jahre ganze Reiseziele verschwinden können, wie so jetzt an der Ahr. Und das finde ich ziemlich erschreckend und das würde ich gerne verhindern. Was heißt das denn, ich würde das gerne verhindern? Naja, ich hätte gerne einen wirksamen Klimaschutz. Da sagen dann viele wiederum, oh, das wird aber sehr, sehr teuer. Und das muss ich dann wiederum auch noch mal kurz ansprechen. Was kostet uns der Klimaschutz, uns als Camper, aber auch uns als Gesellschaft? Und da muss ich sagen, die Kosten dafür keinen Klimaschutz durchzuführen, kann man ja jetzt gerade wunderbar beobachten, wie viele Milliarden Euro da hineingehen, um die Ahr über Jahre und wahrscheinlich auch Jahrzehnte dann wieder in einen guten Zustand zu versetzen. Wenn das jetzt alle paar Jahre auftreten, dann wird das Thema Klimaschutz wahrscheinlich wesentlich billiger werden als kein Klimaschutz. Und auch das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den wir beachten sollten. Und ich finde auch, dass der Verlust von Reisezielen ist ein echter Schaden. Den kann man zwar jetzt nicht direkt in Geld ausdrücken, aber doch in Lebensfreude. Und ich finde als Camper, dass Lebensfreude ein wichtiger Aspekt ist, bei unseren Reisen die Natur und die Landschaft genießen zu können, wie sie die Erde erschaffen hat. Und ich möchte nicht gerne in Zukunft mit einer Landkarte Kreise ziehen, um diejenigen Reiseziele, die man vielleicht noch besuchen kann und an denen vorbeifahren, die man vielleicht nicht mehr besuchen kann. Am liebsten wäre es mir, wenn wir und unsere Kinder auch in Zukunft noch alle Reiseziele und alle Naturschönheiten weiter besuchen können. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also, die Meere veralgen, sie nehmen an Abfall zu, die Strände vermüllen, die Fische sterben teilweise, abgesehen davon, dass die Bestände auch extrem zurückgehen. Wir haben in den Wäldern ein massives Baumsterben. Wir haben in den Flüssen eine zunehmende Gefahr der Überflutungen, die auch eklatant aufgetreten ist teilweise schon und zum Schließen einiger Reiseziele bereits geführt hat. Wir haben Badeverbote an den Seen mit einer entsprechenden Auswirkung auf die Touristik dort vor Ort. Wir haben einen starken Rückgang an Wintersportgebieten in Deutschland und wir haben den Nachweis, dass das mit dem Klimawandel deutlich zu tun hat. Insofern glaube ich, dass die Evidenz da klar ist, wenn wir als Camper für eine Erhaltung der Natur sind, für eine Erhaltung von unseren Reisezielen, dann müssen wir uns deutlich für Klimaschutz und Klimawandelvermeidung einsetzen. Was ist also dann das persönliche Fazit? Für mich ist der Klimawandel bzw. der Klimaschutz der wichtigste Aspekt in meiner Wahlentscheidung geworden, aus den genannten Gründen. Und deshalb habe ich einen Vergleich aller Parteien, aller etablierten Parteien, wie im Intro auch schon gesagt, wie die den Klimaschutz gerne vorantreiben möchten. Und wenn man sich das anschaut, ich zeige euch hier die Übersicht mal, dann hat man einen ziemlich guten Hinweis dafür, welche Parteien am ehesten dafür sorgen werden, dass unsere Reiseziele erhalten bleiben und auch unsere Kinder und Enkel in Zukunft noch dort campen können. Das finde ich für mich persönlich eine ganz wichtige Grundlage für die Wahlentscheidung. Und wir können unseren Kindern und Enkeln in 10 oder 20 Jahren, wenn es dann soweit ist, nicht sagen, wir hätten es nicht gewusst. Es liegt heute in unserer Hand für unsere Kinder und Enkel und auch für uns selber eine Entscheidung zu treffen, die unsere Reiseziele und unsere Natur erhält. Also, wir können etwas tun, wählen gehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn es vielleicht nicht in jedem Punkt eure Meinung vertreten hat. Aber darum ging es ja auch gar nicht. Es ging mir darum, euch ja mal verschiedene Argumente mit an die Hand zu geben aus der Perspektive eines Campers mit Kindern, aus meiner Perspektive und meine persönliche Meinung mal zu begründen und auch euch mal mitverfolgen zu lassen, wie ich meine Wahlentscheidung getroffen habe. Ich hoffe, euch hat dieses Video deshalb trotzdem gefallen. Vielleicht hat es euch auch gefallen, weil es euch ein bisschen geholfen hat. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Bitte möglichst konstruktiv, wenn es geht. Ich werde auch versuchen, es zu beantworten, soweit ich das zeitlich schaffe. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und das nächste Video wird dann wieder ein Reisevideo werden. Bis dahin, alles Gute, euer Ingmar. Ach ja, ich vergaß. Ich werde es wohl nicht schaffen, das Fehmarn-Video bis Sonntag fertig zu bekommen, weil ich ja dieses Video hier noch dazwischen produziert habe. Aber nächste Woche wird es dann garantiert kommen. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Je komplett erinnere mich. Ich freue mich auf euch. Ja, ich freue mich auf euch. Vielen Dank.